Zwölf Vorräte, Ausrüstung, Metall, Kauf und Verkauf stand auf dem Schild. Aber jedem Eingeweihten war natürlich klar, dass diese Worte kaum die Hälfte der hier getätigten Geschäfte umfasste. Da gab es mehrere Tanzsalons, mehrere lange und verzierte Bars, zahlreiche Räume, die den sogenannten Glücksspielen vorbehalten waren und schließlich die winzigen Zellen, in denen das Rauschgift herrschte. Der Besitzer ließ es sich nicht nehmen, neue Kunden besonders herzlich zu begrüßen. Kommen Sie, der erste Drink geht auf Kosten des Hauses. Zuerst das Geschäft Erwiderte Kinnerson mürrisch. Danke der Nachfrage. Ich kann nicht klagen. Hier sind ein paar Sachen, die ich nicht mehr brauche. Was geben Sie mir dafür? Der Händler inspizierte die Raumanzüge und Geräte und starrte dann dem Schürfer ins Gesicht. Kinnerson hielt dem Blick ungerührt stand. Zwei hundertundfünfzig Credit für alles, sagte Strongheart schließlich. Mehr ist nicht drin? Nein, entweder oder. QX, Sie gehören Ihnen. Her mit dem Geld. Wieso? Wir haben doch gerade angefangen, oder nicht? Sie haben doch sicher noch Metall dabei. Ja, aber nicht für einen verdammten Ausbeuter, wie Sie es sind. Mit Halsabschneidern habe ich nicht gerne zu tun. Die Anzüge alleine sind mindestens tausend wert. Na und? Warum müssen Sie mich gleich beleidigen? Ich muss als Geschäftsmann denken. Ich kann Ihnen unmöglich bezahlen, was das Zeug wert ist. Sie müssten wissen, wie schwer es ist, heiße Ware abzusetzen. Sieht doch ein Blinder, dass Sie die Burschen umgebracht haben, denen die Anzüge gehörten. Was bleibt mir also übrig, als die Sachen als heiß anzusehen? Na na, jetzt wollen wir aber nicht gleich aus der Haut fahren. Versuchte er, den Lenzträger zu beruhigen, der eine drohende Haltung eingenommen hatte. Ich weiß, dass die anderen zuerst geschossen haben. Das ist doch immer so. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Halten Sie bloß Ruhe, Mann. Ich sage ja niemandem was. Warum sollte ich auch? Wie kann ich heiße Ware absetzen, wenn ich mir gleichzeitig den Mund darüber verbrenne, ha? Aber wenn es um Metall geht, sieht die Sache gleich anders aus. Meteore sind legale Handelsware und da zahle ich vielleicht besser als mancher andere. QX sagte Kinnerson und warf dem anderen seine Metallausbeute hin. Er hatte den Verkauf der Raumanzüge absichtlich in Szene gesetzt, um in den Augen des anderen seine Gefährlichkeit zu erhöhen und die Gefahr, weitere Auseinandersetzungen zu verringern. Er war zwar zum ersten Mal in Schürfers Ruhe, gedachte jedoch Stammgast zu werden. Und ehe er akzeptiert werden konnte, musste er sich irgendwie beweisen. Das ließ sich nicht vermeiden. Es gab bestimmt genügend Schlägertypen, die sich an ihm versuchen wollten. Auf diese Weise verschaffte er sich einen viel besseren Auftritt, denn die Geschichte würde bald die Runde machen und ein Schütze, der zwei Banditen mit gezielten Schüssen durch die Helmscheiben umgebracht hatte, wurde nicht so leicht herausgefordert. Vielleicht ließen sich ein oder zwei Leute nicht von ihrem Plan abbringen, aber mehr wurde es hoffentlich nicht. Strongheart schien tatsächlich ehrlich zu sein, soweit es den Ankauf von Meteoren betraf. Sein Spalding-Bohrer stimmte. Kinison vergewisserte sich. Sein Torisometer gab vernünftige Werte an und er wog die Meteore auf einer geeichten Waage. Er ermittelte den Kaufpreis nach den Standardtabellen der Patrouille, in denen die Durchschnittsdichte der Elemente angegeben war und bot Kinison schließlich genau 50 Prozent des errechneten Durchschnittspreises, was der üblichen Handhabung entsprach. Bei jeder Wegestation der Patrouille konnte sich ein Schürfer den genauen Wert eines Meteors auszahlen lassen. Doch anstatt die Reise und die lange Wartezeit auf sich zu nehmen und für die genauen Analysen extra zu bezahlen, gaben sich die meisten Schürfer mit dem halben Preis zufrieden, der von den freien Händlern geboten wurde. Als das Meteorgeschäft abgewickelt war, verhandelte Kinison mit Strongheart über Vorräte, die er für seine nächste Reise brauchte. Die zahlreichen Kleinigkeiten, die aus einem winzigen Raumschiff eine gemütliche und gut abgeschirmte Welt machen, in der es sich leben lässt. Auch hier wurde der Lenz-Träger schamlos übervorteilt, aber das gehörte ebenfalls zur Routine. Niemand, der in Schürfersruhe Geschäfte machen wollte, konnte sich mit den normalen Gewinnspannen zufrieden geben. Als Strongheart ihm schließlich den Nettogewinn der Reise hinzählte, kratzte sich Kinison nachdenklich am Kinn. Hm, überlegte er. Das reicht kaum für die schöne, alkoholträchtige Reise, die ich im Sinn gehabt habe. Bin eine ganze Weile draußen gewesen und wollte einmal so richtig auf die Pauke hauen. Schätze, ich werde meinen lieben alten Nuggets noch mit draufgeben müssen. Das gefällt mir zwar nicht, denn ich habe das Ding eine Zeit lang mit mir rumgeschleppt, aber es lässt sich wohl nicht ändern. Und er griff in seinen Beutel und warf dem Händler das wertvolle Stück Metall hin. Für 1500 Credits können sie's haben. 1500? Sie scheinen mich für einen Idioten zu halten oder selbst den Verstand verloren zu haben. Rief Strongheart entsetzt, als er den Brocken leicht in der Hand wog. Sie meinen bestimmt 200. Naja, vielleicht kann ich noch 250 draus machen. Aber mehr liegt nicht drin, Mister. Glauben Sie mir. Ich sage Ihnen, mehr als 300 könnte ich nicht einmal meiner eigenen Mutter bieten. Ich würde glatt dabei zusetzen. Sie haben den Brocken nicht einmal getestet. Wieso halten Sie ihn für so wertvoll? Ich stelle fest, dass Sie ihn ebenfalls nicht testen. Entgegnete Kinnerson Wir beide kennen das Geschäft und wissen, was ein guter Nugget ist. 1500 oder ich fliege zu einer Wiegestation und lasse mir den vollen Wert auszahlen. Ich brauche mich nicht hier volllaufen zu lassen, das wissen Sie. Es gibt Millionen Kaschemmen, wo ich mich genauso gut besaufen kann wie hier und wo es genauso viel Spaß gibt. Strongheart protestierte natürlich lautstark. Doch schließlich gab er nach und erklärte sich bereit, das Metall für 1500 anzukaufen. Kinnerson gab sich zufrieden. Er hätte den Preis noch höher treiben können. Aber 1500 war genug. Jetzt, Sir, brauchen wir uns nur noch um die Garantie zu kümmern. Dann haben Sie sich Ihren Spaß redlich verdient, sagte Strongheart, dessen leidende Miene bei Abschluss des Geschäftes auf wunderbare Weise verschwunden war. Wir nehmen Ihre Schlüssel in Verwahrung und wenn Sie Ihr Geld ausgegeben haben und hierher zurückkommen, um womöglich noch Ihren Proviant und Ihr Raumschiff zu verspielen, dann kommen Sie bei uns in eine Spezialbehandlung, die Sie schnell wieder auf die Beine bringt. Wir können dabei so schonend wie möglich mit Ihnen umgehen. Dazu gehört noch ein Zimmer, falls Sie eins brauchen. Es ist überall gepolstert, Sir. Sie können sich nirgends verletzen. Wir kennen das Geschäft in- und auswendig und wir haben viele zufriedene Kunden, die immer wieder kommen. Wir stehlen auch nicht. Die Sache läuft absolut ehrlich. Der ganze Service kostet nur 200 Credits. Ist wirklich Spott, bitte ich, Sir. Kinison kratzte sich nachdenklich am Hals. Ich glaube, ich werde Ihre Garantie annehmen, sagte er schließlich. Weil ich mich manchmal richtig volllaufen lasse und dann nicht mehr aufhören kann. Aber eine Gummizelle brauche ich nicht, nein. Ich werde nicht gewalttätig. Ich lasse mir zum Schluss immer 24 Einheiten Benny verpassen, die mich für 24 Stunden auf die Bretter schicken. Anschließend bin ich wieder fit für eine neue Schürftour. Ich nehme natürlich nicht an, dass Sie mir Benny beschaffen könnten. Und wenn, dann wäre es bestimmt das letzte Zeug. Jetzt war der entscheidende Augenblick gekommen. Der Augenblick, auf den der Lenz-Träger so lange hingearbeitet hatte. Sekundenbruchteile später war er in den Geist des Anderen eingedrungen und wusste die Antwort. 24 Einheiten rief Strongheart verblüfft. Sind Sie sicher? Natürlich. Und wenn mich jemand mit dem Gewicht oder der Qualität übers Ohr hauen will, dann drehe ich ihm den Hals um. Aber ich habe noch Zeug, das reicht noch eine Weile. Habe da einen Freund, auf den ich mich einigermaßen verlassen kann. Ich selbst habe mit der Sache nichts zu tun, sagte Strongheart, was, wie der Lenz-Träger wusste, wenigstens teilweise der Wahrheit entsprach. Aber ich kenne einen Mann, dessen Freund das Zeug beschaffen kann. Einwandfreies Benny kommt aus den echten Dosen von Corvina 2, kostet sie insgesamt 400, und dann können Sie mit ihrer Tour anfangen. Was meinen Sie 400? schnaubte Kinnerson. Sie denken wohl, ich habe gar kein Benny mehr, was? Hier sind 200 für Ihre Garantie und damit basta. Moment, Moment, Bruder, nicht so schnell. Strongheart hatte tatsächlich angenommen, dass der Fremde dringend Bentlem brauchte und daher auch den achtfachen Preis bezahlt hätte. Wie viel zahlen Sie denn sonst? Einen Credit pro Einheit, 24 für eine Runde. Erwiderte Kinnerson mürrisch. Der Preis entsprach dem augenblicklichen Tarif zwischen den Endverteilern. Mehr liegt bei mir nicht drin, verstanden? Schon gut, ist ja in Ordnung. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass wir Sie übers Ohr hauen wollen. Wir haben ja immerhin einen Ruf zu verlieren. Hab mir sagen lassen, dass Sie Ihre Absprachen einhalten. Erwiderte Kinnerson versöhnlich. Deshalb bin ich ja auch hier. Aber Sie sorgen am besten dafür, dass mir trotzdem niemand zu nahe kommt, sonst könnte ich nervös werden. Mit diesen Worten zuckte er die Schultern und der Händler wich erschreckt zurück. Blitzschnell waren die zwei hässlichen Dellemeter in den Händen des Schürfers aufgetaucht und richteten sich jetzt auf seine Magengrube. Nehmen Sie die Dinger weg, brüllte Strongheart. Werfen Sie zuerst einen Blick darauf, sagte Kinnerson einladend und reichte dem anderen seine Waffen mit den Griffen voran. Sie sind keine Spielzeugpistolen, mein Lieber. Die Dinger gehören mir und Sie sind bis oben hingeladen. Sie kennen sich doch mit Waffen aus, Kumpel. Schauen Sie sich die Dinger an. Der Händler gehorchte und studierte die beiden Dellemeter. Die blanken Griffe, die vollgeladenen Magazine, die schwarz gebrannten Mündungen. Zweifellos handelte es sich hier um Waffen mit einer außergewöhnlichen Feuerkraft, die überdies ständig gebraucht worden waren und mit denen ihr Besitzer ausgezeichnet umgehen konnte, wie Strongheart selbst gesehen hatte. Und denken Sie daran. Fuhr der Lenz-Träger fort. Ich bin niemals so betrunken, dass ich mir meine Waffen wegnehmen lasse und wenn ich nicht eine gut abgewogene Runde Benni bekomme, werde ich schnell nervös. Verstanden? Strongheart wusste, dass der andere nicht spaßte. Und da er keine Lust hatte, den Schürfer als bewaffneten Amokläufer zu erleben, versicherte er ihm noch einmal, dass er seine volle Dosis bekommen würde. Kenison wusste, dass er sich zwar in übler Gesellschaft befand, dass er sich aber nicht allzu viel Sorgen zu machen brauchte, wenn er die Augen offen hielt. Er war sicher, dass man ihn während seiner Ausnüchterungsperiode in Ruhe lassen würde, denn der Wert seines Schiffes und seiner Vorräte entsprach mindestens dem Profit, den er Strongheart während dieses ersten Besuches gebracht hatte. Und warum sollten weitere Besuche nicht ebenso gewinnträchtig sein? Der erste Drink geht auf Kosten des Hauses. Unterbrach Strongheart die Gedanken seines Gastes. Was hätten Sie gerne? Sie kommen doch von der Erde, nicht wahr? Wie wär's mit einem guten alten Whisky? Nicht schlecht geraten, aber haarscharf daneben. Ich komme von Aldebaran 2. Haben Sie zufällig aldebaranischen Borlega auf Lager? Nein, aber wir haben ein Fass irdischen Whisky. Kommt auf dasselbe heraus. In Ordnung, her damit. Kinnison goss sich einen dreistöckigen Drink ein, leerte das Glas mit einem Zug und stieß einen wilden Schrei aus. Jipp, 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 jippie! Ich bin der wilde Billy Williams von Aldebaran 2 und heute ist bei mir der Teufel los. Achtung, ich komme! Jippie! Und leise fügt er hinzu. Strongheart, wenn das Zeug von der Erde stammt, will ich meine eigene Großmutter sein. Aber schlecht ist es trotzdem nicht. Ganz und gar nicht. Hat Zähne und Klauen wie ein Katzenadler, der einem versehentlich ins Glas geraten ist. Raum, hohe Kumpel, ich bin bald wieder zurück. Er hatte sich vorgenommen, gleich am Anfang seiner Sauftour eine Runde durch das ganze Vergnügungszentrum zu machen und in jedem Etablissement einen Drink zu nehmen. Kleine Werberunde, erklärte er fröhlich, als er in Stronghearts Kneipe zurückkehrte. Muss ich schon machen, damit die anderen nicht Klonos Flüche auf mein Haupt herabschwören. Richtig trinken werde ich natürlich nur hier. Und das tat er. Er nahm unzählige starke Getränke zu sich und mischte diese mit einer Großzügigkeit, die selbst die Gewohnheitstrinker des Ortes überraschte. Um die Folgen schien sich dieser Mann nicht im Geringsten zu kümmern. Ich trinke alles, was flüssig ist, erklärte er immer wieder und handelte entsprechend. Scharf oder mild, gebraut, fermentiert oder destilliert, geschüttelt oder gerührt, es wurde alles vertilgt. Runter damit! Schallte es durch den Schanksaal und durch diesen Ruf wurde Kinnerson in den anderen Lokalen des Vergnügungszentrums schnell bekannt. Einen solchen Trinker hatte man hier noch nicht erlebt. Je mehr er trank, desto fröhlicher wurde er. Er verbreitete überall gute Laune. Er tanzte mit den Damen des Hauses und verabschiedete sie mit großzügigen Trinkgeldern. An die Spieltische ging er jedoch nicht. Er erklärte immer wieder, dass ihm so etwas nicht lag, dass er lieber ein handfestes Vergnügen für sein Geld haben wollte. Von Zeit zu Zeit fochte er mit seinen Zechkumpanen fröhliche Kämpfe aus, bei denen er immer wieder in ein homerisches Gelächter ausbrach. Er holte zu gewaltigen Schwingern aus, denen ein Pferd erlegen wäre, wenn sie ihr Ziel gefunden hätten, und brachte nur hier und da, wie zufällig, einen Schlag an den Mann. Auf diese Weise legte er sich zwei blaue Augen und eine geschwollene Nase zu. Wie es in solchen Fällen üblich ist, konnte seine Stimmung jedoch sehr schnell ins Gegenteil umschlagen. Urplötzlich konnte leidenschaftliche Wut in ihm aufwallen, für die es noch weniger eine Erklärung gab als für die freundschaftlichen Faustkämpfe. Bei verschiedenen Ausbrüchen dieser Art zerschlug er vier Stühle, zwei Tische und zahlreiche Gläser. Doch nur einmal musste er seine tödlichen Waffen ziehen. Offenbar hatte sich die Nachricht, dass mit ihm nicht gut Kirschen essen war, schnell herumgesprochen. Der Kampf ging glimpflich aus. Sein Herausforderer wurde an der Schulter verwundet und gab auf. Kinnerson war damit zufriedengestellt. Tage vergingen. Als Kinnerson schließlich seinen letzten Credit ausgegeben hatte, bewaffnete er sich mit den letzten beiden Flaschen, wankte auf die Straße hinaus und lud jeden Passanten zu einem Abschiedsdrink ein. Der Bürgersteig war bald zu schmal für ihn, sodass er schließlich grölend von einer Straßenseite zur anderen schwankte. Es war wie ein Wunder, dass er sich überhaupt auf den Beinen hielt. Schließlich warf er die leeren Flaschen zur Seite und setzte seinen Weg singend fort. Er hatte keine besonders gute Stimme, doch was ihr an Musikalität fehlte, glich er durch Lautstärke wieder aus. Mit kraftvollem Bass, der zwei Kilometer gegen den Wind zu hören war, sang er sich ein Lied vom Herzen, das nicht für die Ohren derjenigen bestimmt war, die ihn als Kimber Kinnerson von der Erde kannten. Für die Einheimischen von Schürfersruh war es jedenfalls eine humorvolle und spritzige Ballade. Der Lenzträger torkelte die Straße hinauf und machte dann eine Kehrtwendung, um, wie er es lallend nannte, bei seinem Lieblingswirt zu ankern. Auch wenn ihm dieser abschließende Ausflug auf die Straße den Rest geben sollte, eine schlechte Idee war das nicht gewesen, überlegte Kinnerson. Er hatte den wilden Bill Williams, den kauzigen Meteorschürfer von Aldebaran II, im großen Stile eingeführt. So schnell würde man ihn hier nicht wieder vergessen. Er stolperte auf seinen Freund Strongheart zu, legte ihm die Arme auf die Schultern und ließ ihn seinen alkoholgeschwängerten Atem riechen. »Ich bin geladen wie eine Haubitze«, verkündete er glücklich grinsend. »Wenn ich so voll bin, kann ich kaum noch reden, aber ich möchte dir natürlich trotzdem klarmachen, dass ich gerne noch einen trinken will. Wie wär's, wenn du mir einen Hunderter besorgst, auf die Ladung, die ich beim nächsten Mal bringe. Vielleicht kann ich dir auch noch etwas von meinen Vorräten verkaufen, damit...« »Ich glaube, sie haben genug, Bill«, erwiderte Strongheart bestimmt. »Sie haben ihren Spaß gehabt. Wie wär's zum Abschluss mit einer schönen Runde Tiefschlaf, hm?« »Ausgezeichnet, Herr Gesangke«, sagte der Schürfer begeistert. »Wo hast du's denn?« Unauffällig näherte sich ein Fremder und nahm Kinnerson am Ellenbogen. Strongheart stützte ihn auf der anderen Seite und vorsichtig wurde Kinnerson durch einen schmalen Korridor in eine winzige Zelle geführt. Und während er sich willenlos führen ließ, studierte er den Geist des Fremden. Jetzt war er endlich am Ziel. Der Bursche hatte einen Gedankenschirm, der ihm jedoch so lästig fiel, dass er ihn jedes Mal abnahm, wenn er nach Euphrosin kam. Denn hier gab es keine Lenz-Träger. Hier wurde jeder Fremde einschließlich dieses betrunkenen Schürfers sorgfältig überprüft, sodass kein Gegner lange unentdeckt bleiben konnte. Kinnerson hatte vermutet, dass Strongheart einen Kontaktmann nach oben haben musste und sah diese Annahme jetzt bestätigt. Dieser Bursche wusste viel und der Lenz-Träger machte von diesem Wissen Gebrauch. In sechs Wochen also. Das passte ja ausgezeichnet. Bis dahin blieb genug Zeit für eine weitere Schürfrunde und seinen zweiten Besuch in Schürfers Ruh. Dabei musste er dann Augen und Ohren offen halten. Sechs Wochen. Das war eine lange Zeit. Aber so lange musste er wohl durchhalten. Außerdem brauchten die Bosconia eine gewisse Zeit, um ihre ersten Ängste zu überwinden und manche unvorteilhafte Vorsichtsmaßregeln wieder fallen zu lassen. Zwar konnte Kinnerson zuweilen außergewöhnlich ungeduldig sein, aber wenn es darauf ankam, hatte er sich in der Gewalt wie eine Katze, die stundenlang ein Mauseloch beobachtet und auf ihr Opfer wartet. In der Zelle setzte er sich auf die Pritsche und nahm von dem Fremden das kleine, weiße Paket entgegen, das er sofort aufriss. Er stopfte sich den Inhalt in den Mund, begann mit rollenden Augen und zuckenden Muskeln zu kauen und ließ sich den scharfen Saft nur so schnell durch die Kehle laufen, dass das seltsame Brummen in seinem Kopf anhielt. Dann ließ er sich auf seine Matratze fallen und war für die nächsten 24 Stunden der Welt entrückt. Als er erwachte, fühlte er sich ausgesprochen schwach. Sein Kopf schmerzte. Langsam tastete er sich in Stronghearts Büro, wo ihm die Schlüssel zu seinem Boot ausgehändigt wurden. Sie fühlen sich nicht gut, stellte der Händler mit geübtem Blick fest. Kann man wohl sagen, stöhnte der Lenz-Träger und hielt sich den Kopf, aber seine Umgebung kam nicht zur Ruhe. Ich kann kaum etwas sehen und dann dieser Krach. Können Sie der Katze nicht mal sagen, dass sie etwas leiser auftreten soll? Es geht bald vorbei, erwiderte Strongheart mit unpersönlicher Freundlichkeit. Hier, das wird Sie etwas aufmuntern. Sie werden's brauchen. Wortlos nahm Kinison den Drink und leerte ihn auf einen Zug. Sofort verschwanden die Schleier vor seinen Augen, ohne dass der Kopfschmerz nachließ. Besuchen Sie uns mal wieder. Es hat Ihnen doch bei uns gefallen, nicht wahr, Sir? Oh ja, es war sehr nett, erwiderte der Lenz-Träger. Hätte gar nicht schöner sein können. Ich bin in fünf oder, sagen wir, sechs Wochen zurück, wenn ich Glück habe. Bis dann. Als das zerschrammte Boot in das All hinaus raste, wandte sich Strongheart an seinen Barmann und sagte, Wenn es mehr von der Sorte gäbe, hätten wir wenig Sorgen. Nett, ruhig, leicht zu bändigen, ein anständiger Bursche. Der Barkeeper, der zu dieser frühen Stunde noch nicht allzu viel zu tun hatte, beugte sich über seine Theke und erwiderte, Kann ja sein, aber vielleicht war es ganz gut, dass niemand ihn zu sehr gekitzelt hat. Ich habe das Gefühl, als könnte der Bursche sehr bösartig werden, wenn er will. Betrunken oder nicht, er ist auf jeden Fall verdammt schnell mit seinen Blastern. Er ist ein richtiger Gentleman, schaltete sich eins der Animier-Mädchen ein. Er ist nett. Für ihr Lächeln und das Tanzen hatte ihr der Schürfer manchen Schein zugesteckt. Die beiden Burschen, die er umgelegt hat, haben ihn offenbar herausgefordert, sonst hätte er sie bestimmt in Ruhe gelassen. Und damit hatte der Lenz-Träger erreicht, was er erreichen wollte. Er hatte dem wilden Bill Williams in Schürfersruh ein für allemal Respekt und Aufmerksamkeit verschafft. Draußen im Asteroidengürtel nahm Kinison die anstrengende Schürfarbeit wieder auf. Diesmal machte er keinen spektakulären Fund. Solche Glücksfälle sind eben überaus selten, sondern musste sich mit den üblichen Schwermetallen zufrieden geben. Eines Tages, er hatte etwa eine halbe Ladung zusammen, wurde er durch einen Funkspruch auf der Notfrequenz in seiner Einsamkeit aufgeschreckt. Der Hilferuf schrillte so deutlich aus dem Lautsprecher, dass sich das havarierte Schiff ganz in der Nähe befinden musste. Ja, das war es, zum Greifen nahe. Ein Schiff, das auf den schwachen Schirmen seines Raumbotes überaus riesig wirkte. Hilfe! Hier Raumschiff Kalotus! Position! Es folgte eine lange Zahlenkette. Wir brauchen Hilfe! Unser Bergenholm hat ausgesetzt. Unsere Meteoritenschirme sind teilweise funktionsfähig. Unsere Ursprungsgeschwindigkeit trägt uns unaufhaltsam in den Asteroidengürtel hinein. Wir müssen dringend abgeschleppt werden! Ihr Raumschiff Kalotus! Blitzschnell setzte Kinnerson sein Boot in Bewegung und manövrierte es im freien Flug an die Stelle des riesigen Raumschiffes. Dann passte er sich der Ursprungsgeschwindigkeit des Havaristen an und zog sich im nächsten Augenblick in die große Luftschleuse. Ich kenne mich mit Bergenholms aus, schnappte er. Nehmen Sie mein Boot und versuchen Sie Ihr Schiff damit in Schlepp zu nehmen. Ich fürchte nur, meine Traktorstrahlen sind zu schwach. Sind Sie schon dabei, die Passagiere auszuboten? Ja, keuchte ein Matrose. Aber wir haben zu wenig Boote. Wir sind überladen. Dann müssen wir mein Schiff nehmen. Schnell! Wenn der Bootsmat überrascht war, dass ihm ausgerechnet ein Raumtramp ein solches Angebot machte, ließ er sich es nicht anmerken. Doch Kinnerson hatte für die Besatzung des Schiffes noch weitere Überraschungen bereit. Im Maschinenraum drängte er sich durch eine Gruppe hilfloser Techniker und legte hastig eine Reihe von Hebeln um. Dann las er die Instrumente ab, lauschte kurz und schickte seinen Wahrnehmungssinn in den versiegelten Bergenholm. Jetzt kam ihm die lange Reise nach Trenko zugute, in deren Verlauf der Bergenholm seines Schiffes immer wieder ausgesetzt hatte. Damals waren er und Thorndike für die Reparaturarbeiten verantwortlich gewesen und hatten den Generator immer wieder in Gang gebracht, sodass sich der Lenzträger jetzt als einer der besten Bergenholm-Spezialisten der Patrouille bezeichnen durfte. Mit der vierten Zuleitung stimmt etwas nicht, berichtete er. Sie scheint beim Eintritt in den Sockel unterbrochen zu sein. Da muss bei der letzten Überholung jemand gepfuscht haben. Wir werden die Schutzhaube unten links abnehmen müssen, zum Abschrauben ist allerdings keine Zeit mehr. Beschaffen Sie mir einen Schneidstrahl, aber bitte schnell! Das Gerät wurde sofort gebracht und der Lenzträger entfernte die Metallplatte, die das Innere der komplizierten Maschine schützte. Er legte einen Asbestschutz über den glühenden Rand und beugte sich in die Maschine hinein. Licht, bitte! Nach kurzer Inspektion kam er wieder zum Vorschein. Wie schon vermutet, Zuleitung 4 ist unterbrochen. Ich brauche Ersatzstück 35 cm. Schlüsselgröße 6 mit Kneifvorrichtung. Ein Stück Mür-Beer-Isolierung. Doppelt für das Mittelstück. 10 cm. Schnell, schnell! Dann brauche ich noch einen kurzen, schweren Schraubenzieher. Die Techniker gehorchten widerspruchslos und in wenigen Sekunden hatte der Lenzträger das gewünschte Material zur Verfügung. Er verschwand sofort wieder im dunklen Inneren der Maschine, indem er sich ohne seinen Wahrnehmungssinn kaum zurechtgefunden hätte. Die Handlampe, die ihm zur Verfügung stand, wäre ihm jedenfalls keine große Hilfe gewesen. Fertig! Probelauf! Schnappte Kinison schließlich. Zur Überraschung aller Anwesenden funktionierte der Bergenholm sofort wieder. Das Linienschiff ging in den freien Flug über und brachte sich hastig außer Gefahr. Ich konnte den Generator nur notdürftig zusammenflicken, Sir. Aber wenn sie vorsichtig damit umgehen, hält er bis zum nächsten Hafen durch, berichtete Kinison dem Kapitän des Linienschiffes in dessen Kabine. Dieser musterte ihn neugierig. Der Lenzträger überlegte krampfhaft, wie er seine Rolle weiterspielen konnte, ohne unnötig aufzufallen und kam schließlich auf eine etwas ausgefallene Lösung. Von der Anstrengung offenbar mitgenommen, begann er plötzlich zu schwanken und setzte sich dankbar auf einen hastig angebotenen Stuhl. »Hier, trinken Sie das«, sagte der Kapitän und reichte ihm ein Glas Brandy. Doch Kinison nahm nicht nur das Glas, sondern auch die Flasche und trank sie auf einen Zug leer. Eine Leistung, die ihn noch vor wenigen Monaten ins Krankenhaus gebracht hätte. Dann holte er ein Päckchen Bentlem hervor und begann zum Entsetzen des Kapitäns, idiotisch grinsend darauf herumzukauen, bis ihn die Wirkung des Rauschgiftes übermannte. »Sie armer Teufel! Sie bedauernswerter Mensch!« murmelte der Kapitän und ließ den Bewusstlosen in eine Koje bringen. Als Kinison wieder bei Bewusstsein war, kam der Kapitän zu ihm in die Kabine und sagte, »Sie müssen einmal ein vielversprechender Spezialist gewesen sein, ein erstklassiger Ingenieur, wenn mich nicht alles täuscht.« »Vielleicht«, erwiderte Kinison bleich. »Jedenfalls bin ich jetzt wieder in Ordnung, nur ab und zu überkommt es mich.« »Ich weiß«, sagte der Kapitän, »ist keine Heilung möglich.« »Keine. Ich habe es schon oft versucht.« Und der Lenz-Träger breitete hoffnungslos die Hände aus. »Sie sollten mir aber trotzdem ihren Namen sagen, ihren richtigen Namen, damit ihre Leute wenigstens wissen, dass sie noch am Leben sind, und das hat keinen Sinn.« »Erwiderte Kinison.« »Ich gelte überall als verschollen, und daran möchte ich nichts ändern. Ich heiße Williams, Sir. William Williams von Aldebaran II.« »Wie Sie wollen.« »Wie weit sind wir inzwischen geflogen? Ich möchte in den Asteroidengürtel zurück.« »Kein Problem. Weniger als 600 Millionen Kilometer. Wir befinden uns jetzt auf dem zweiten Planeten dieses Systems, auf unserer Heimatwelt. Der Asteroidengürtel liegt außerhalb der Kreisbahn von Borowa IV.« »Dann werde ich mich auf den Weg machen.« »Wie Sie wollen«, sagte der Kapitän noch einmal. »Aber wir hätten Ihnen gern eine kleine Entschädigung gezahlt.« »Bitte nicht, Sir. Vielen Dank. Sie verstehen, je länger ich draußen schürfen muss, desto seltener.« »Oh, natürlich. Dann bleibt mir also nichts anderes übrig, als Ihnen im Namen aller unseren Dank abzustatten.« Und der Kapitän half dem Lenz-Träger auf die Beine und führte ihn zu seinem Boot, wobei er ihm kaum ins Gesicht zu sehen wagte. Doch Kinnerson war mit der Rolle, die er hier gespielt hatte, mehr als zufrieden. Auch diese Geschichte würde ihre Zuhörer finden und schließlich auch in Schürfers Ruh bekannt werden, ehe er dort wieder auftauchte. Und sie konnte sich dort nur positiv für ihn auswirken. Und dann... ...